als auch nicht gerade besser mit dem kommentieren bin momentan ja es ist schon gute drei monate her also jetzt nicht wundern dass ich gerade nicht konkret perfekt deutsch rede er des längeren kein spiel mehr kommentiert ich habe nur währenddessen rumgeraged weg mit dir okay wow geil also das ist ja wirklich geil gemacht